Mein Name ist Jack. Ich bin noch ein kleiner弟, Manuel und eine freundliche Mutter. Mama kommt später. Ein Tag, wir haben uns verabschiedet. Auf Antrag der Mutter in der Wohngruppe der Jugendhilfeeinrichtung St. Maria in Berlin-Nikolas hier untergebracht. Habt ihr eigentlich gemerkt, dass wir einen neuen Mitbewohner haben? Du brauchst sie anzugucken, das kann sie gar nicht schleiden. Ich möchte zu meiner Mutter. Aber wenn sie noch bald Ferien, kannst du sie ganz lange sehen. Mama? Mama? Ich kann doch nicht gehen. Und Mama ist nicht. Hier ist Jack. Ich komme jetzt nach Hause. Ist mein Bruder da? Wie geht's? Gut. Mama ist nicht da, wir müssen sie suchen. Woher gehen wir jetzt? Ich weiß nicht. Komm, aber ich hab's nur. Eure Mutter, die hat euch hängen lassen. Die ist doch schon seit Tagen weg. Kapiert es doch endlich mal, Jack. Lass mich! O母さんを探して,未来を探して駆け抜けた. 人生で一番大切な3日間. Komm. Ocura no Iejji. Mama! Mama!